Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play SimCity Städte der Zukunft weiterhin natürlich mit Jan. Wir sind weiterhin hierbei. Oh, Jan seine Million ist da. Ja, dann können wir die gleich investieren. Wir möchten ja gerne das Raketenstaatszentrum bauen. Zack, Raketenstaatszentrum gebaut. So, und jetzt werden die Leute ja alle da reingesteckt. Hier steht es ja extra Touristen, Gefangene, Obdachlose. Blinde Passagiere, also Obdachlose sind blinde Passagiere. Einen Gefangener ist schon drin. Sehr schön. Und die Touristen kommen natürlich da durch. So, sehr schön. Gebaut. Oh, def, ich bin im Minus. Erhören Sie die Zufriedenheit, um die Geräte anzulocken. Ob du Scheiße. Okay. Wie ist denn hier der Verkaufspreis in der Gegend? Ziemlich niedrig. Dann haben wir doch hier mal so ein fettes Ding. Alter. Was ist? Jemand hat die Touristenabteilung abgerissen. Jetzt echt? Ja. Soll ich gerade bauen, oder was? Ey, hab schon. Bei einer Region nicht mehr verfügbar, deswegen war ich auch im Minus, Alter. Ich baue hier Empire State Building Hinweise. Ja. Für 10.000 Minus. Gar nicht aus. Geht gar nicht. Das geht wirklich nicht. Sicherheitsetage, Leute. Ihr wohnt genau neben der Polizei. Wollt ihr mich eigentlich wirklich jetzt verarschen, oder so? Wir brauchen eine Sicherheitsabteilung, Mama. in dem Hochhaus, weil wir ja nicht die große Polizeirevier neben denen stehen haben, ne? Nein. Ist schon klar. Zwei Gefangene drin, noch keine Obdachlosen. Ist ja klar. So, was macht bei Ultra jetzt die Schulbildung? Ja. 4836 nur noch. Es geht runter, Jan. Nicht schlecht, ne? Ja. Lieferungen steigen. Also, ich liefer noch mehr zu dir. Nein, heute nicht. Aber mein Start ist überfüllt. Ich kann hier nichts mehr bauen. Was ist eigentlich mit bereitgestellte Fahrzeuge? Ich liefere ja immer noch ein Fahrzeug zu dir. Äh, brauchst du das eigentlich noch? Nein. Nein, weiß nicht. Ein bereitgestelltes Fahrzeug. Ich liefere immer noch ein Chemikalienfahrzeug zu dir. Ja, sonst nehme ich das zurück. Also, mir ist das egal. Hast du den jetzt... War den weg. Hast du schon so ein Chemikalienfahrzeug, oder was? Ja, dann behalte es doch. Geht kein Brand, ja. Echt nicht? Weil die Leute alle ja viel zu schlau sind. Ja, dann nehme ich es zurück. Mir ist das in dem Sinne egal. Ist dann brennt. Hast du den Schulden. Ja, wenn, dann sagst du einfach Bescheid. Das dauert eh wieder 20 Jahre, bis es hier ist. Mörder auf freien Fuß. Halt die Schnurz. 240 Metalle habe ich erst geliefert, Alter. 280 sind auf dem Weg. Na, du bist gleich fertig. Boah, Alter, ich habe Stau, ey. Das ist... Der Burner. Ich habe jetzt aber auch Stau, ohne Ende. Aber ich werde jetzt anfangen und die Schwebebahnstation bauen, ne? Ich muss jetzt die Schwebebahnstation bauen, besser gesagt. Es geht nicht mehr. Wie viele Leute fahren denn hier mit dieser Schwebebahn? 12.000 nur? Verarschen. Ich weiß ja nicht, ob er das gemacht hat, was ich zu dir gesagt habe, wie er erweitert. Büge 30.000, Straßen immer 9.000, Brüssel 16.000. Okay. Ich kann jetzt zu Fuß gehen, sag mal. Ah, nee, dann werden die Straßen ja... die Straßen, äh... rüberfüllt, weil er zu viele Leute lang gelaufen hätten. Ja. So, jetzt mal ein bisschen Schwebebahnstation bauen und dann sollte das eigentlich so langsam natürlich hier direkt am Bahnhof auch eine hinbauen, dass die Leute da aussteigen können. Ganz wichtig. Wenn mir alles auf den Piss geht und ich kein Geld mehr mache oder nicht genug Geld, dann baue ich gleich Omega Co. aber ich mache nämlich jetzt schon Minus. Die Schwebebahnstation ist so teuer, ne? Das ist echt der Hammer. Ich weiß nicht, wie teuer ist die denn? 250 die Stunde? Ja. Wenn du zwei gebaut hast, zack, 1000 Minus. Ja. Ganz schön, 1000. Ganz schön teuer. Ich weiß nicht, wie ich weiß, Der Empire State Building macht 62.000 pro Tag Plus Ja Solche Gebäude machen aber auch immer Geld Also solche Sachen gehen immer ziemlich ab Was ist mein Einwohnern los, Alter? Ich hab nur noch 173.000 Machst du irgendwo? Sind sie am Update nur? Du machst irgendwo zu wenig Simlons? Ja, ich bin pleite Alter, 10 verlassenen Gebäude, what the fuck? Ja, reiß ab Los Wenn ich jetzt hier die Zombies aus oder was Ja, Menschheit hier steht oder was Was sind diese fuck Obdachlosen, Alter? Ja, genau Liegt da dran, wenn du dann die Häuser nicht abreißt Dann kriegst du immer mehr Obdachlose, weil die Leute sich sagen Hey, warum soll ich denn ein Haus ziehen, wenn nicht hier alle Hütten leer stehen? Tag, nächstes Gebäude Wieder fünf neue, hallo? Ist denn irgendeine Plage? Ist denn irgendwas passiert? Ich bin alle die Häuser, weil ich ein Casino gebaut habe Ich bin alle ihr Geld oder was? Ah, die Schüler wären weniger 3.979 fahren jetzt nur noch Also sind schon mal 2.000 weniger Todesfälle? Was? Ach, Todeputter, gell Geht doch noch, komm vor Komm vor Ich hab nur das kleine Klinikum Ich hab nicht mal ein großes Heftig, ne? Dann darf ich denn die Rakete starten 290 Leute schon drinnen Das dauert aber, bis ich 10.000 da drinne habe, alte Schwede Das wird dauern Was erforsche ich denn? Abgehört auf Akademiestufe 4, alles klar 4.100 sind es jetzt schon Verbrechen 2 pro Tag Also ich hab echt Probleme hier grad ein bisschen mit Verbrechen und all solche Sachen Ich hab 25 pro Tag, oder? Ja, dann tu doch was dagegen Ja, ja Nur Weltfarben, neue Stadt bauen Ja, auf sowas hab ich keinen Bock Ich krieg auch ne Stadt richtig zum Laufen mit allem Sachen Das macht mir keinen Spaß Das läuft doch Ja, aber das ist richtig Haben wir jetzt eigentlich schon diese Müllverbrennungssache da, die über Connect läuft Ja, haben wir schon Sehr schön, kostet 25.000, okay Weil das Ding kann ich nämlich dann gleich bauen Wir brauchen mehr Käufer, um einen Gewinn zu machen, okay Welche Etage ist das jetzt? 4, 5, 6, 2, können wir noch drauf 7. ist Skybridge oder 8 Und dann geht's weiter Also meine Zufriedenheit ist auch mega Ich hab 88% Zufriedenheit die ganze Zeit Ich kriege nicht alle Leute in der Stadt Hier können wir noch updaten Hier haben wir so ein leichten Staunproblem Oh, weil das nur ne einspurige Straße ist, Kevin So Schon ein Problem beseitigt, was hier existierte Es wird jetzt ein bisschen dauern, bis sich das auflöst Aber dann sollten wir es da kommen Da hab ich ne einspurige Straße gehabt Am Bahnhof Äh, Ultra Weißt du, in den Kreisel rein, der nur zweispurig ist Alter, mega Stau Stau weg Abgedatet auf große Straße Plopp Stau weg Sehr schön Aber das sind so die Kleinigkeiten, wenn du baust Die du dann auf einmal siehst Finde ich zumindest Also ich hab das öfters Ich weiß nicht, wie das bei dir ist Dass du dann auf einmal was siehst Oh scheiße, was hab ich denn da gemacht Ist zum Beispiel so wie das hier Das hier ist eigentlich totaler Scheiß, Leute Da ne Kreuzung, da ne Kreuzung, da ne Kreuzung Da ne Kreuzung Immerweise ist das Bullshit Gerade in der Hauptverkehrsstraße Sollten eigentlich nur zu einer Seite Kreuzungen sein Aber gut, was sollst, mein Gott Stromversorgung durch Ultra in Code 74 Sagt nicht sowas Das wissen wir selbst Ist ja auch abgesprochen Ihr Schmuchtel Wie? Ich hab keinen Vertrag unterschrieben Also Lieferungen werden immer noch mehr Schüler werden auch schon wieder mehr Also deine Schule ist auf jeden Fall zu klein Ich hab meine jetzt auch nochmal vergrößert Auf 2000 Wenn ihr hier alle rein wollt, ne Muss ich die Schule halt noch vergrößern Und nicht ändern So Aber ich hab ein Problem Ich mach einfach zu wenig Geld Ich mach 378 die Stunde nur noch Die Spielbahn hat mir das Genick gebraucht kostet Jetzt bin ich am überlegen Ob ich mir nicht einen Kredit nehme Und was weiß ich hier Eifelturm oder sowas baue Aber die kosten 500.000, weißt du Ja oder hier der Bogen von Viersperren Weißt du hier Diese Kleinigkeiten machen ja auch Geld Ich glaube meine nächste Stadt baue ich mal wieder so Casino mit Freizeitpark Und all sowas Ich hab ja hier dieses Addon für den Freizeitpark Hätte ich schon mal wieder Bock drauf Wenn ich ganz ehrlich bin Weil das war wirklich immer schwer Also das ist ja wirklich nicht leicht Dieses Konzept zum Laufen zu kriegen Also bei mir fahren mit der Schwebebahn jetzt schon 11.000 Leute Und ich hab nicht mal die Hälfte der Stadt abgedeckt Nicht mal ein Viertel Also einfach nur mal so quer durch die Stadt gezogen Weißt du die großen Türme abgedeckt Und eine Linie ins Industriegebiet Dass die halt zur Arbeit kommen Fertig Mehr hab ich erstmal nicht gemacht Und schon fahren 11.000 Leute mit meiner Schwebebahn Aber Zug ist bei mir runtergegangen 7.994 nur noch Also ich glaube wir haben es geschafft Dass das Pendeln etwas niedriger geworden ist Weil meine Stadt zum Beispiel Einfahrt ist leer Wie sieht es bei dir aus? Überfüllt Echt? Immer noch? Ja komplett Ja raus wollen jetzt kaum noch welche Aber rein wollen jetzt hier Alle drei Spuren sind voll Okay Ja gut das kann natürlich jetzt sein Dass sich das jetzt auflöst langsam Dass sich jetzt erstmal alle rein wollen wieder Weil du ja auch so ein Problem hattest Vorhin mit den Häusern Dass alles abgerissen worden ist irgendwie Und dadurch hast du natürlich jetzt Große Ansturm Jetzt ist es 6 Uhr morgens Gleich müsste Pendlerverkehr anfangen Um 7 Um 8 Um 8 Okay dann bin ich jetzt gleich gespannt Jetzt bin ich gespannt Leute 6 Uhr Bei mir geht es jetzt um 6 Uhr schon los Fahren schon die ersten Leute raus Ja aber um 8 ist richtig Okay Halb 7 Stadt füllt sich Auf jeden Fall An der Schule Alter da bricht alles auseinander Alles Bei der Schule bricht alles auseinander Die hätte ich niemals An der normalen Straße bauen sollen Die kommen alle vom Bahnhof Alter und alle hoch zur Schule Brrrr Wie so die Geisteskranken So jetzt ist es 7 Uhr Ja es geht Jan Ist akzeptabel Ist zwar viel was reinkommt Aber ich schaffe es Ich schaffe es wirklich weg Und es biecht auch keiner mehr So viel zu dir ab Also zu dir fährt kaum noch einer Die fahren alle in die andere Richtung Jan Oh jetzt fahren sie alle zu dir Naja das sind so ein paar Autos Also so viele fahren nicht mehr zu dir Also das hat sich auf jeden Fall Erledigt Oder erledigt nicht Aber es ist weniger geworden Großes Stück weniger Aber bei meinem Bahnhof Und der Schule Bricht die Straßen auseinander Alter Das ist überhaupt nicht mehr lustig Weil ich den Megaturm An der Straße habe Und die Schule Das ist absolut nicht mehr lustig Absolut nicht Also das ist so ein Problemkind Was ich jetzt habe Da an der Schule Aber gut Was willst du machen Ändern kannst du es sowieso nicht 1000 fahren mit dem 6000 fahren mit dem Bahnhof Und 1000 fahren mit dem Bahnhof Puh Kranke Scheiße Alter Einfach kranke Scheiße So damit sagen wir wieder Vielen Dank Dass ihr eingeschaltet habt Bei City Skyline Nicht SimCity Äh Limited Edition So erstmal hier Die Leute wieder ein bisschen verhalten Du bist du durft den Namen zu merken Naja wenn ihr meint So Ich sage auf jeden Fall Vielen vielen Dank fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss